Ich glaube, ich werde diesen Teil vorspulen. Also mal gucken. Und ihr werdet die Musik verschnellert hören und mich mit einer piepsigen Stimme und bla 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 bla. Oder irgendwie so. Ah, jetzt habe ich die Haare hingekriegt. Oh, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Oh, cool, ich hab nicht mal richtig aufgepasst. Gut, dass ich das aufgenommen habe. Gut, dann brauche ich ja nicht mal vorspulen. Immer dann, wenn man... Beast Baby. Äh, immer dann, wenn man am Verzweifeln ist, kriegt man das irgendwie hin. Hät das Gefühl. Was macht... Macht das viel? Was kann das? Ah, jetzt sehe ich's, was ich kann. Aua. Mich über den Boden glitschen lassen. Ach so, ich... Ich krieg's kaputt, wenn ich's abstürzt. Okay. Ja, Alice, du brauchst nix mehr vodoksen. Du brauchst nix mehr vodoksen. Wie hab ich jetzt das Rätselding geschafft? Ich hab kein bisschen aufgepasst, bin ich ehrlich. Ich hab einfach nur so verzweifelt herumgedickert. Dickert. Zu oft Dingsen gemacht. Dingsen. Im Springen gemacht. Zu oft Dingsen gemacht. Ja, die Alice. Ja, die Alice. Die Alice. Lüttle. Hihihi. Lüttle. Hihihi. Ja, ist Lüttle. 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 Tut mir leid. Tut mir leid. Das Spiel macht verrückt. Und Augen, die mich beim Schalter betätigen, anstarren. Baby-Puppenhände, die dich hochgreifen. Fliegende Puppen mit Beineis-Motoren. Wer wird denn dabei nicht verrückt? Oh, was für ein totes Baby-Dingsbums. Was für ein totes Baby-Dingsbums-Dingsbums-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum-Bum. Ups. Gerade so aufgefangen. Bum-Tot. Gerade so aufgefangen. Bum-Tot. Tot. Oh, ich merk gerade, dass ich total müde werde. Woher kommt das Teil auf einmal? Hab ich voll abgelenkt. Kackteil, es lenkt mich ab. Es darf mich nicht ablenken. Aua. Ich kann auch noch schießen. Ist ja noch ein kackigeres Teil, als ich erwartet habe. Waa. Tote Alice. Tote Alice. Tote Alice. Sie ist tot. Ich habe zu früh mit den Schmieben aufgehört. Ich hasse mich dafür. Auffangen, warten, wenn das Baby zurückschaukelt. Und klingeln. Oh, das hat nicht geklappt. Was sagt Troms denn? Wo soll ich hin? Sonst wird sagt, mir doch egal, du ist scheiße. Ein Babykopf wird unter einem Hausdach gehalten. Ja. Na gut. Ich muss auf jeden Fall morgen ganz viel aufnehmen. Ich habe schon ewig nichts mehr aufgenommen, weil ich so wenig Zeit hatte. Ah, naja. Wenigstens so zwei Videos. Ich hätte mir auch Zeit lassen können. Ich habe ja noch Vorrat, aber... Ähm, Alice, würdest du vorgehen? Sie hängt fest. Sie hängt irgendwo fest. Danke. Düm. Ich höre eine Schnauze. Für jeden Zweck gibt es ein Werkzeug. Sogar der unscheinbare Trichter hat seine Aufgabe. Wie soll sonst der Gin aus dem Fass in die Flasche kommen? Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Wie öffnet sich diese Tür? Ach, hat sich gerade. Merkt er noch was? Hm. Oh mein Gott. Da sind unsichtbaren Dinger. Oh, ich kann mich gleich teilen. Ich wollte gerade sagen, es ist Martin Männchen zu zerstören, aber es ist der Leibkuchen-Männchen. Ah, wo komme ich hin? Und du hast gerade einen Weg erreicht, der dich ganz zurück in den Spiel. Ganz weit im Spiel zurückführt. Nein, da komme ich wieder zurück. Und wo geht's da hin? Wo geht's da hin? Ja. Wo? Ah. Ja, Lieben. Komm zu mir. Ich will dich kriegen. Bevor ich das Video beendetle. So ungefähr. Und nun rät sie das gut. Hier ein winziger Hirnkitzler. Für eine winzige... Hm. Na, für die, der ihn kauft, braucht ihn nicht. Der ihn braucht, merkt es nicht. Was ist das? Den Kauf braucht ihn nicht. Den... Den Kauf braucht ihn nicht. Den... Jack. Sag. Also... Wenn ich ihn kaufe, brauche ich ihn nicht, weil... Ich bin ja nicht tot. Den braucht, merkt es nicht. Ja, und sag. Richtig. Exzellent. Mal weiter gehen. Ach genau, wir müssen jetzt da rüber zurück. Sagt auch die Hutmacher-Statue. Du böse Helles, ganz böse Helles. Nein, ich hasse dich. Willst du Tee? Ja, gell gell. Ähm, da muss ich rüber, oder? Oder da? Ich geh da. Da war lustig. Geh, wo muss ich jetzt lang? Muss ich da hoch? War ich da nicht grad? Ich bin verrührt. Applaus. Sie sind verwirrt. Ähm, Hilfe. Wo muss ich lang? Hallo? Spiel? Bitte. Sag mir. Gib mir nur einen Tipp. Nur einen einzigen Tipp. Links. Geht's. Nicht weiter. Hahaha. Hallo? Ah, hier. Ja, genau. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Wo es weiter geht. Da kein Trampolin-Ding da war, dachte ich, das sei das, wo... Das ist ein Geheimnis. Ach, nö. Drehende Plattformen. Drehende Plattformen und ihre alltäglichen Tücken. Genau diese. Draufkommen. Statt kleckern. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Ach, ich bin hier. Was sagt hier? Wie findet ihr die Musik? Das würde mich jetzt mal interessieren, weil... Ich finde diese Musik sehr interessant. Ich mag dieses... Es hat sowas Entspannendes. Dieses... Aber gleichzeitig, dass dieses... Ich kann sowas nicht nachmachen. Aber ich finde die eigentlich richtig gut. Ich mag das. Ich mag's. Wo ist die 2? Da ist die 2. Ich will aber vorher auf die... Was ist das? Keine Ahnung. Drauf. Das ist auch ne 1. Wieso gibt es so viele verschiedene Formen, Alice? Sag es mir. Sag es mir. Jetzt. Nein, ich bin nicht verrückt. Ähm, wie komme ich da hoch? Einfach so springen? Ja. Ja. Und dann kommt Musik auf die andere 3 da hoch. Die Tonnen da, 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 da. So? Nö. Macht gar keinen Sinn. Die ist wohl nur zur Vereinfachung. Vereinfachung. Auf die 4 da zu kommen. Oder 3? Ach, ich hab keine Ahnung. Und dann... Bin ich ganz oben angekommen. Und jetzt... Nix, mir auch nix. Okay, dann spring ich mal da einfach runter. Das passt doch perfekt zusammen. Und ich bin ein perfekter Richter. Zeit, dein neues Köpfchen auch zu benutzen. Okay. Mach mal. Alice. Ja, genau. In dem Moment ein Standbild. Das war irgendwie... Lustig. Witten vom Fliegen ein Standbild gehabt. Ach, das ist ein Minispiel. Ja, das ist ein Minispiel. Ui. Und was mach ich hier überhaupt? Na geil, Alter. Ach, komm ich nicht hin. Schade. Okay. Einfach mal Alice kaputt machen. Autsch. Ui. Zähne brauche ich nicht mehr. Also so. Gar nicht so richtig mehr. Ich habe nämlich noch genug Zähne. Stoß mich an, Pelikon. Danke. Ich glaube, ich hätte... Danke. Du hast mich an, Pelikon. Nein. Ja. Wui. Genau das hätte ich machen sollen. Wui. Hä? Ich bin verwirrt. Na gut, dass eine Murmel vor mir ist. Weil hätte ich sie nicht vor mir, würde ich nicht mehr vorankommen oder so. Oh. Ähm. Ja. Äh. Äh. Was ist denn jetzt nun X? Wow. Danke, dass ich weiß, was jetzt X ist. Habe ich auch für sie noch Gamepad-Steuerung-Dings angelassen und sehe gerade, dass ich gleich runterfalle. Steuerung. Nö, ist Tastatur. Nein. Weil, äh, bestätigen so. Ja, zurück zu spielen. Oh! Und da gefällt tot. Aufgelist. Dann mache ich das Minispiel jetzt noch fertig. Ich glaube, das ist das Beste, oder? Oh, da oben. Gibt es. Wui. Oh, gerade so noch. Na komm. Ich sehe nichts. Danke, dass ich absolut nichts sehe. Oder soll ich wissen, dass es da nicht weitergeht? Ach, weil ich die Kamera frei bewegen kann. Jetzt sagt mir das doch mal einer. Wo geht's denn jetzt lang? Da? Warum auch immer sie dieses große Ding reinbauen. Ah, cool, jetzt ist die Kamera wieder fest jetzt. Bom. Murmeln. Ich muss oben bleiben. Ich habe keine Ahnung, wo ich war. Ich konnte mich irgendwie gar nicht mehr sehen. Das Minispiel finde ich nicht so ganz gut gelungen. Weiß nicht. Und jetzt läuft Alice mal wieder automatisch los. Danke. Hallo Alice, hör auf, wild herum zu laufen. Alice? Ach so, ich habe einen Grundspaktik gerade ein bisschen. Äh, da, da, da. Hör auf. Mach's nie wieder, ja? Ja. Gut, hat aufgehört. Das ist auch nur in diesem Spiel. Und jetzt kommt, reingelegt. Du bist kurz vorm Ende. Du hast keine Zähne gesammelt, aber brauchst du die auch nicht mehr. Also jedes Mal so ganz kleines bisschen so. Hopp. Bom, 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 bom. Mein Gott, ich mag die Musik so. Ja, jedes Mal mitten hinten rein. Alles steht drauf. Hihihi. Dom, dom, dom. Und jetzt noch ein Fight. Na, bleib stehen. Reingelegt. Ja, kannst aufhören zu fokussen. Was auch immer du gefokust hast. Anvisieren, Fokus mit Laber. Okay, kann man nicht kaputt machen. Musste ich wissen. Musste ich hier rausfinden. Ich habe gerade gesehen, es wurde geschmeichert. Dann machen wir jetzt hier einen, ähm, Schlussschnitt. Okay, ähm, wir sehen uns aber auch das nächste Mal wieder. Bevor ich wieder schalte. Weiter schalte, Laber. Ach so. Rain. Mit T. Bis dann.